hey leute und herzlich willkommen bei eurem plänger bb und willkommen zurück du 500 jumps to success und mit dabei ist jetzt neu der eikif gär auch das psychoschein schaut bei ihm vorbei und der karpfen wie immer der noob wir sind jetzt mal zum spawn zurückgegangen kevin muss halt jetzt noch ein bisschen nachholen ich gehe jetzt auch mal in game mode weil ich schon so weit bin und ihr müsst dann halt zum auf die plätze fertig okay macht es okay mach mal nacht ich bin jetzt am nächsten pointings ach so kann ich eigentlich selber machen ja egal okay ich habe sofort immer das tag gemacht kevin ja und da fängt das unnötige im hintergrund geht grad voll ab meiner meinung nach ja ich bin jetzt gleich bei dir oder sagen ich bin viel besser als mich genug ja es hat halt ich habe übrigens die neue maus heute ich mal so an marken anmerken mein gott ach so auch nicht kauft ich kaufe dir vielleicht da gehalte aber vielleicht ja das ist mir doch ist auch nicht in einem video sagen es ist logo scheiß egal scheiße kommt also wo sind wir denn kevin ist ja schon fast da ja jetzt 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 kevin ist halt einfach nur so egal was okay ihr seid bald bei meinem jack point das ist ja schon mal gut darf ich weitermachen bei stein ja klar seid ihr schon weit als stein ja ja naja ich bin bei stein jetzt ja und ich bin an einem checkpunkt wo ich dachte das ist zu weit von mich entfernt aber dann machen wir jetzt ablenken ich lag echt an den lexen und an den sprint box bei bei in der letzten aufnahme nein es scharf ist gleichzeitig wie kevin gestorben geile antwort das war ich jetzt aber nicht mehr hier bis selber gestorben ja ich weiß aber weil du mich halt das alter hat er auf die komponente er auf okay aber nur wenn jemand bis zu mir er werde ich jetzt felsgabe hat alle damit nur sehlich hier zu musik abgeben ja er mich hier ohne witzig hüttchen überholt was die erste er hat ich gebe zu ich bin kein schabbar ja nicht doch wenn wir zwei sind die großen ein übel gut eins und nach genau was ich auch sagt dass ihr seht jetzt wahrscheinlich so wie er man das der kenne wir können weitermachen so schon loko Prozent auch mal wieder recht die Action Testversion aber anweiter werden erstellte ich mal um Sturm wenn du ja ich bin er die Sonne weil ich trinke mal eben was er ist es besser ein er hat die heilte nein teinten heimzeit und hier geht gleich alles in die luft auch ganz wichtig ihr dürft hier nur auf die holzblöcke springen und explodiert hier alles und ihr kommt nicht mehr hin denn es muss schon so sein so und wenn jemand daneben springt dann habt ihr die challenge verkackt nein er wir machen im erregelte mich geht immer ganz links ich gehe ganz rechts und kevin in die mitte scheiße hätte ich war ich hätte fast dran gekommen kacke bahn 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 da ist die nächste challenge in einem Weg soll der scheiße über dieses 6 zu können stell dich mal stumm kevin hat mich geschlagen ja na und Kevin stell dich stumm wenn du nichts zu sagen hast okay reinkommen ist doch lustig ja aber irgendwann ne achso das ist pfff scheiße nein leute Kevin pass auf wenn du auf das andere springst ist alles im Arsch und Michi kommt hier nicht mehr hin boah also würde ich vorschlagen dass Kevin zuerst springt und wer weiß nur welche Block der richtigen ist das ist eine Holzdruckplatte drauf ich muss Tag machen sonst sehe ich hier kaum was die Aufnahme leckt gerade Null obwohl ich hier gerade in meinen eigenen Server aussehen wenn wir auch und ich habe noch Musik dazu geöffnet ich habe noch das Geld der überlebt ich habe noch mal im Schonsen nur Kuba welche stehen fiktig ja geschafft gleich 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 steht eh wieder erhielt die Konto hat ja alle junge jetzt stell dich stumm ganz ehrlich nein Kevin kommt wieder hoch scheiße alter ich ups wie kriegt man Schluck auf dem Weg ähm schlucken genau tief einatmen dann dreimal schlucken ohne wieder zu atmen ja ich hab's geschafft oh scheiße ich hab das Bett in der Mitte genommen ist es schlimm soll ich das Bett ganz links nehmen ja okay also nur auf die Holzdruckplatten gehen gell boom bang bang boom bang bang okay das dauert jetzt eh wieder eine Weile äh schluss ah ich hab's versucht oh Michi ja Michi jetzt kommst du ja nicht hin gell jetzt hast Pech gehabt Michi gell Michi du bist so blöd hä warum wegen dir bin ich wieder am spawn weil du mein Bett genommen hast oh mein Gott kevin okay scheiße okay dann muss ich kurz mich tp henn oh dann stell dich doch jetzt mal stumm Kevin wenn du nichts zum sagen hast oh jetzt bin ich auch am spawn okay okay gut dann weil mich zu blöd ist das hier zu schaffen ähm ja dann ich bin ganz rechts halt man das so jetzt ich glaube ich mach jetzt in Zukunft mein Equipment in die Beschreibung oder so ich muss jetzt echt zu ich muss mich zu euch tp'n weil ich sonst nicht alter Arnold was ich muss mich zu euch tp'n ja tp dich zu Kevin du kannst dann kannst du dir ins Bett legen also wie gesagt Kevin in die Mitte Michi ganz ähm links und nicht ganz rechts gut bin ich jetzt war ich jetzt links ja okay ich war links warte bing warte bang miso wawai oh oh nein irgendwer hat mich geschlagen ja ich ne das war Kevin doch um ja im oh scheiße ups oh ja ich sage 10 mich hier hat es aber bei dir auch gerade ein bisschen aber es geht eigentlich ich hab gerade richtig gut oh nein scheiße ich hab mich in die Witte gelegt okay Alter Michi merkt ihr das doch jetzt mal die ist disconnected disconnected noch mal ne dein Internet ist scheiße einmal neu rein ich habe nicht ganz so ein Gott auch weiter schaffe ich den Sprung was meinten nein Hör Please auf doch ich habe geschafft ich hab einen Abgang gemacht ja ich bin weiter wie Anne ja ne gleich nicht mehr alter Kevin du bist der einzigste Person die so lang Schluck auf hat ich hab noch nie in meinem Leben so lang ein Stück auf oh Regen und schon bin ich wieder weiter wie mich schätzt der Regen aus ja gut es ist mein Internet wieder gut E-Kerf-Girls please stop this ich setze jetzt mal wenn ich runter falle jetzt mal ein Wollblock schockiert schauste ja und was bringt das alles weißt du wo ich runter gefallen bin Alter ey ganz ehrlich wann hör das mal bei dir auf weiter ist ich stelle ich doch zum Beispiel diese man hat eine neue bei 3 bei 15 Minuten bei ich muss ich trotzdem du musst grad gucken wie viele ich jetzt schon drauf ich habe es zehn Minuten ich auch zehn Minuten 36 nicht 40 warm 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 ich hab's ex-projekt die Kraft üblich drin er hat vor nein du nicht ach man legt mich doch mal doch kevin na scheiße alter kevin jetzt stelle ich mal wirklich stumm das stört wirklich im let's play außer wenn du was wichtiges zum sagen hast nach fiktig also ich bin lustig den schluck auf ja ich habe mich noch mitgenommen ich jetzt fast geschafft nachkommen scheißdreck gott mich hier auf solche was ich wollte hier ja ich habe mich noch geschlagen aber er mich auch ach klar scheiße fick dich oh alter was soll das du musst eh verlieren ach man fast hätte ich es geschafft Kevin stumm schalten stumm schalten stumm schalten ja nein ich war an der leiter dran ja klar ja doch war ich halt echt ach fast wieder halt stopp ach kevin was soll der scheiß ach kevin also ich lade die aufnahme auf jeden fall hoch ist mir egal ja warum denn nicht ja weil du grad stopp gesagt hast und wie ist da denn was weiß ich das war ein witz aber ich bin witzig wie er schon auf mich wartet ach komm kevin ja er ist unten ach komm ja ich dachte du bist Kevin ah nein ach ne komm bitte du für mich den Kevin runterschlage ach man alter ich bin ich kicke jetzt gleich Kevin ja mach das das wäre für alle uns erlösend ach man wer war das wenn du wieder reinkommst siehst ja und außerdem du hörst wer lacht ich will warum hast du mich gekriegt ja er hat zu mir gesagt es wäre für uns alle eine erlösung dann habe ich mir gedacht ach komm mach mal ich bin okay Frieden alles so ein Arsch so ich habe es neue Aufnahme gestartet okay oh die Musik äh im Hintergrund ist gerade ach der Sprung ist doch ein sch-